Je mehr ich nachgedacht habe, was ist eigentlich der einzige wichtigste Faktor, bin ich ganz klar aufs Wasser gekommen. Ich bin ein paar Jahre, die wir in der Welt sehen, die wir in der Welt sehen. Ein Teil der Faktor von Pure Life ist das Marketing. Ich habe es gesehen, dass es in meinen Augen passiert. Hier ist ein Markt, wo niemand trinken, dass wir das, 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 das. Wenn wir das, das, das haben wir 10 Millionen Menschen. Wie ist das? Das ist das. Sie sind nach Profit. They're predators, waterhunters, looking for the last pure water in the world. For one tanker load, Nestle pays $10. Once bottled, the same water costs $50,000. They've made tons of money. What's legal and what's ethical and moral are two different things. And at some point, this resource will run out. I will refuse to buy anything that's made by Nestle's. If I have to go hungry, I will. And I will.